Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich den Bildschirm von einem Fernseher, einem PC, Handy oder auch von einem Laptop richtig reinigen kann, ohne dass unschöne Schlieren oder vielleicht sogar solche Minigratzer entstehen können. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zu Beginn gleich der Hinweis, dass Reinigen mit solchen Küchentüchern bzw. auch Taschentüchern oder mit so einem normalen Glasreiniger sollte hier auf jeden Fall vermieden werden, da das Ganze relativ aggressiv gegenüber der Bildschirmoberfläche hier wirkt und vor allem auch dadurch kleine Mikrogratzer entstehen können, was wir auf gar keinen Fall haben möchten. Aus diesem Grund sollte man sich einfach mal ein Mikrofasertuch zur Hand nehmen, welches sauber und vor allem auch trocken ist. Hier ganz wenig destilliertes Wasser drauf geben und damit lässt sich jetzt halt nämlich auch leichte Verschmutzungen wie zum Beispiel Fingerabdrücke ganz einfach entfernen. Wichtiger bei, normales Leitungswasser würde ich vermeiden, da hierdurch dann unschöne Schlieren bei unserem Bildschirm entstehen können, was wir einfach nicht haben wollen. Bevor wir beginnen, sollte der Bildschirm schon einige Zeit ausgeschaltet sein, dass dieser einfach schon etwas abgekühlt ist. Und dann wichtig unbedingt darauf achten, dass wir nicht mit zu viel Druck hier arbeiten, da das Ganze natürlich auch unserem Bildschirm nicht wirklich gut tut und dieser dadurch eventuell kaputt gehen kann. Dann nehmen wir unser Tuch einmal und fahren hier zum Staubwischen ganz normale, gerade Spuren. Also zum Staubwischen ist es relativ leicht und sobald wir zum Beispiel irgendeine Stelle haben, wo ein Fingerabdruck drauf ist, dann können wir hier auch leichte Kreisbewegungen machen. Hier ist natürlich auch nicht übertreiben, aber somit lassen sich leichte Verschmutzungen auf jeden Fall schon super entfernen. Falls wir jetzt eine Verschmutzungstelle hier hinten haben, welche nicht so einfach weg geht, dann benötigen wir unbedingt mal einen speziellen Bildschirmreiniger. Denn dieser ist ohne Alkohol und somit schadet er unserem Bildschirm auch auf gar keinen Fall. Hier einfach wieder ein Mikrofasertuch zur Hand nehmen, einfach etwas drauf sprühen, dann an unsere Verschmutzungstelle hingehen. Hier empfehle ich wieder, dass man solche Kreisbewegungen macht, damit lassen sich wirklich alle Verschmutzungen normalerweise relativ gut entfernen. Dann kann man es etwas nochmal wegwischen und danach unbedingt nochmal ein sauberes und vor allem auch anderes trockenes Mikrofasertuch zur Hand nehmen. Und hiermit kann man jetzt nämlich diese Stelle hier schön trocken wischen. Und somit kann man wirklich alle Verschmutzungen auf unserem Bildschirm schön reinigen, dass diese einfach wieder glänzen und keine Schlieren entstehen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens solche Mikrofasertücher oder so ein spezielles Bildschirmreinigungsspray zulegen möchtest, was wirklich eine halbe Ewigkeit hält, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellung zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei. Das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersuchungen hinzulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu die Produkte. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.